Berlin, bei gute Zeiten, schlechte Zeiten hängt der Himmel wieder einmal voller Geigen. Denn es gibt ein neues Traumpaar in der beliebten Daily Soap. Nach langem Hin und Her haben nämlich endlich Alicia und Paul ihre Freundschaft hinter sich gelassen und ihre Liebe füreinander entdeckt. Ihre Zuneigung füreinander besiegeln die zwei mit einem zärtlichen Kuss, ein Moment, auf den viele GZSZ-Fans gewartet haben. Diese romantische Story hat RTL zum Anlass genommen, um bei einigen GZSZ-Stars nach deren schönsten Liebesbeweisen zu fragen und die Antworten hätten kaum unterschiedlicher ausfallen können. So ist die schönste Liebesbekundung für Nihat-Darsteller Timur Oelker, 35, im wahrsten Sinne des Wortes eine haarige Angelegenheit. Der größte Liebesbeweis ist, glaube ich, bei meiner Freundin, dass sie mir an die Haare gehen darf, erklärte der 35-Jährige. Er sei in dieser Hinsicht sehr penibel und eitel und da dürfe auch nicht jeder ran, sondern eben nur seine Partnerin Caroline Steinhof und die Ladies von der Maske, ergänzte der Schauspieler. Um das zu beweisen, versuchte sein Kollege Lennart Borchert, 25, umgehend Hand an Timurs Frisur zu legen, der sofort Reißaus nahm. Patrick Heinrich wird bei seinem schönsten Liebesbeweis poetisch Patrick Heinrich, 39, sah die Sache weniger pragmatisch, sondern beinahe schon poetisch. Der größte Liebesbeweis ist es, jemanden wohlwollend zu betrachten und zu akzeptieren, auch wenn es teilweise den eigenen Nachteil bedeutet, meinte der 39-Jährige. Für Niklas Osterloh, 35, dessen Figur Paul in der Vorabendserie gerade im siebenten Himmel schwebt, war es eine Geste seiner Frau, denn die hatte ihm eine Überraschungspartie an seinem Geburtstag organisiert, mit Oma, Opa, Mama, Papa, ich hab überhaupt nicht damit gerechnet. Er hatte nämlich sogar vergessen, sich an seinem Ehrentag freizunehmen und war daher bis etwa 19 Uhr mit Dreharbeiten beschäftigt, erinnerte sich Osterloh. Er sei nach Hause gekommen und es waren halt wirklich alle da und die leben halt alle im Norden. Das hat meine Frau organisiert und das hat mich tief berührt. Das hat mich tief berührt. Das hat mich tief berührt.